Auch in dieser Woche, auch an diesem Freitag, haben wir uns wieder auf die Suche gemacht nach den besten Konditionen für Ihr Geld. Sie wollen Geld anlegen, wollen allerdings auch täglich darüber verfügen können. Also das ist das sogenannte Tagesgeld. Und da hat sich die Zinssituation wie folgt entwickelt und dargestellt. Man rückt irgendwo näher zusammen, hat man so den Eindruck. 1,5% bieten Rabo Direkt und auch die ING Diba für das Tagesgeld. Wir legen hier einen fiktiven Anlagebetrag von 10.000 Euro zugrunde. Manio zahlen nur in Anführungszeichen 1,45%. Und das bedeutet in diesem Fall Platz 3. Ein anderes Szenario, sie legen das Geld etwas länger fest. In dem Fall vergleichen wir hier die 12 Monate und da gibt es ein bisschen mehr Zinsen. Manio zahlen per 12 Monate Geld 1,6%. Ebenso wie die Denizbank und die Südtiroler Sparkasse, auch hier gibt es 1,6%. Und der umgekehrte Fall, sie brauchen Geld zur Baufinanzierung oder Modernisierung. Jetzt hier in dem Fall ein Betrag, ein fiktiver Betrag von 100.000 Euro. Da gibt es bei der 1822 direkt, zahlen sie 2,5%. Etwas mehr, nämlich 2,6% verlangt derzeit die ING Diba. Und die Commerzbank lockt hiermit 2,67%. Das war der Zinscheck.